Hi, ich bin Schwester Betty. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Ist der neue Arzt schon aufgetaucht? Noch nicht. Pünktlich sein ist wirklich das Mindeste. Halten Sie sich in Zukunft dran. Ich freue mich, die Nachfolge von Dr. Stern bekannt zu geben. Irgendwann bin ich hier Chefarzt. Dann haben Sie niemanden mehr, der Sie protegiert. Du schreit mal am GLCD. Vertraue deinem Team. Also daran hättest du Lukas jetzt nicht erinnern müssen. Das ist der Beginn der größten Liebesgeschichte aller Zeiten. Ich mach meine Ausbildung jetzt bei euch auf der Inneren weiter. Das ist cool. Schwester Ava. Sie waren heute mein erster Lichtblick. Liebe ist alles. Ist alles und sie findet ihren Weg. Nadira, der Hubschrauber ist gerade gelandet. Wir haben einen Notfall. Reanimation, hol doch da was! Sophia! Oh shit. Warum muss immer etwas Schlimmes passieren, bevor Menschen realisieren, was wirklich wichtig ist in ihrem Leben? Ich hab die Bewerbung gerade abgeschickt. Wirklich? Und was mach ich, wenn ich das alleine nicht hinbekomme? Egal wie gut man sich vorbereitet, du wächst da rein. Ich werd Olli verlieren und dich verliere ich auch noch. Ich kann nicht mehr Daumen schicken. Ist doch Bullshit, du willst doch gar nicht weg aus Aachen! Du hast dich so verändert. Halt dich raus. Aber dann klär das selber. Ist dein Job. Was machen wir hier, Frank? Ich will der Mann sein, den du liebst. Du bist echt das Beste, was mir hier passiert ist. Was hast du vor, Rike? Willst du meine Frau werden? Ja. 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 Ja.